Guten Tag, es ist ein Glück für dich zu sein und ich bin froh mit Michael Werner für mich Ich komme von Pennsylvania, 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 Pennsylvania und ich bringe ein Grüß von der Pensilfonisch-Deutsche-Leid auf der drüge Bühne. Ich bin daheim da, gewiss ich da. Gestern war man auf zwei Städten gegangen, als meine Vorhörer gewohnt haben. Es waren Fuchsstadt und Ungerhausen und ich habe Szenen, wo meine Vorhörer in die Karre gegangen sind und wo sie gelebt haben und selber wundervoll, das ist das Gemeinste mehr. Die Bühne haben doch vor dir gesungen von Elfedritzel und gestorben hat er mich für Wörner mich eingeladen für Elfedritzel-Suche. Aber ich habe auch mal was auf Kurve könnte haben und ich bin nicht mitgekommen. Und so bin ich so heiß. Ich war nicht so blabberig, als ich alle Wahl war, war jahre zurück. Ich war auch ein bisschen blöd gewesen. Ich weiß nicht, dass ich mich selbst etwas verstehen. Aber wie ich so ein Rutschnatz war, war ich auch nicht blöd gewesen. Und ich war schon auf die Erde, dass ich gewusst habe, dass sie zwei Jahre leid sind. Und ich habe die Mädchen ein bisschen betracht. Und die sind mir alles in die Augen gekommen. Aber nun habe ich mir einmal aufgetroffen, als man aufgestanden hat. Sie war wunderbar, gutguckig gewesen und leidlich von ihrem Raum zu sein. Und dann habe ich gedacht, wie stelle ich mich auf? Was kann ich so dürfen? Und dann hat sie mich eingeladen für ein Picknick gehen. Und was habe ich in der Zelle gesagt gewissen? Und sie hat auf eine Baumerei gewohnt, eine große Baumerei. Ihre Papp hat viel gebabbert. Und sie hat einen Schick-Lunch gepackt, einen Karab voll Essen. Sie hat Hingel gut gekocht, hatte und allerorts Essen da drin, mit Boi und Kuchen. Und nun sind wir abgelaufen, abgelaufen, auf den Picknick zu gehen. Ungefähr wird Papp seit Barbarei sind wir die Lehne in die Nase gegangen. Und wie wir am Laufen waren, habe ich just an nichts denken können. Verschwätze davon. Ich war so blöd gewesen. Oh, Harry, das ist so ein schönes Mädel dort. Und ich war mit Laufen, aber ich konnte nicht. Mein Sohn war stark. Ich habe jetzt nicht denken können, wie man anfangen kann zu blödeln mit. Und nur, wie wir dann an die Fans vorbeigelaufen sind, und dann im Schwamm war ein Drub Kie, das ihre Papp hat ein Vieh gehadet. Und da waren die Kie in der Welt gewohnt. Und gerade an dieser Zeit ist ein Bull River gelaufen zu eines von den Kies. Und er hat mir etwas mal geschleckt. Und dann habe ich gedacht, na, das ist eine Chance. Und ich habe gesagt, hast du selbst gesehen? Und dann habe ich gesagt, hab ich was gesehen? Und dann habe ich gesagt, sei ein Buller. Er ist ruhig rüber gekommen und hat die Kuh ihr einmal geschleckt. Und dann habe ich gesagt, kenn dich auch selber du. Und dann habe ich gesagt, mach dich der Wetter. Und dann habe ich gesagt, sind mein Papp seine Kie und auch gibt auch nichts. Ja.